Und herzlich willkommen! Bei Schalke 04 wird es einen Umbruch geben, nachdem sie bitter am letzten Fußball-Bundessiegaspieltag abgestiegen sind. Dieser Umbruch wird zwar nicht so extrem sein wie beim letzten Abstieg, aber es wird einen Umbruch geben. Und das schauen wir uns mal genauer in diesem Video an. Euch dabei viel Spaß! Schauen wir mal mit den garantierten Abgängen an. Neun Leinen enden nämlich, darunter Tom Kraus, Alex Kral, Moritz Jens, Vandenberg, Frey, Balanta, Uronin, Skarke und Schwolo. Die meisten waren wichtige Stützen im Verein und wären beim Klassenerhalt geblieben. Chance auf Verbleib ist jetzt aktuell nur noch bei Skarke und minimal bei Jens, wovon wir aber mal in diesem Video bei beiden nicht ausgehen. Dem laufen auch noch vier Verträge aus, und zwar von Yoshida, Kulitsijak, Bujelab und von Langer. Ich persönlich denke, dass davon keiner mehr verlängern wird. Mit diesen garantierten Abgängen und ohne die Leihspieler, die noch im Sommer wieder dazukommen zu Schalkes Kader, könnte eine aktuelle A11 so aussehen, einfach mal so zum Verständnis. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Verkäufen. Spieler, die Schalke 04 verkaufen wird, weil sie brauchen Einnahmen, egal ob sie neue Spieler verpflichten wollen oder nicht, einfach dadurch, dass sie abgestiegen sind. Und da ist mein erster Vorschlag, Jordan Larson, er kam im Sommer ablösefrei nach Schalke. Dort machte er bis zur Wintertransferphase 11 Spiele und dabei konnte er keinen einzigen Scorer erzielen. Daraufhin wurde er nach Kopenhagen ausgeliehen. Er hat auf jeden Fall keine Zukunft auf Schalke, das denke ich zumindest. Kopenhagen hat auch eine Kaufoption für ihn. Diese liegt wohl bei 2,2 Millionen, was sehr, sehr gutes Geld wäre für ihn. Er hat einen Marktwert aktuell von 4 Millionen und noch einen Vertrag bis zum 30.06.2025. Sollte Kopenhagen diese Kaufoption nicht ziehen, wird man ihn wohl für ca. 1 Million verkaufen wollen. Ramfdel und Wautas sind auch aktuell beide ausgeliehen mit einer Kaufoption. Beide Spielen spielten keine Rolle bei Schalke 04. Über die Kaufoption könnte man ca. 2 Millionen einnehmen für beide Spieler. Ansonsten könnte man ca. 1 bis 2 Millionen einnehmen für diese Spieler. Und das wäre wichtiges Geld für den kleinen Kaderumbruch von Schalke 04. Dressi ist wahr an Jan Regensburg ohne großen Erfolg ausgeliehen und dürfte Schalke wohl für ca. 200.000 Ablöse verlassen oder sogar ablösefrei, da er keine Rolle im Schalker Kader spielen wird und auch nur noch ein Jahr Vertrag hat. Wir kommen jetzt zu zwei Spielern, die nicht ausgeliehen waren, sondern in der Bundesliga performten für Schalke 04 und deshalb wahrscheinlich wechseln werden für gutes Geld. Der erste Spieler ist Marius Bülter. Er machte in 33 Bundesligaspielen in dieser Saison 11 Tore sogar und konnte auch noch ein Tor vorbereiten. Er kam 2021 für 800.000 von Union Berlin nach Schalke. Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr und er war Schalkes Top-Torschütze in dieser Saison. Und ein absoluter Lichtblick, aus diesem Grund wird er wohl in der Bundesliga bleiben können und könnte Schalke, sollte er wechseln, wo er bei einem Marktwert von 2,5 Millionen für 800.000 bis 1,2 Millionen verlassen. Aktuell gibt es ein Gerücht zum Beispiel nach Werder Bremen. Der zweite Spieler, der wechseln könnte, ist Rodrigo Salazar. Er kam nach einer erfolgreichen Aufstiegsleihe für 1,5 Millionen von Eintracht Frankfurt diesen Sommer nach Schalke. Dort machte er in dieser Saison 22 Bundesligaspiele. Dabei konnte er ein Tor erzielen und sechs Tore vorbereiten. Neun Spiele verpasste er verletzungsbedingt. Salazar ist offensiv ein sehr kreativer und flinker Spieler. Einen Vertrag hat er bei Schalke 04 noch bis zum 30.06.2026. Er ist erst 23 Jahre alt. Sein Marktwert liegt aktuell bei 3,5 Millionen. Somit könnte Schalke mit ihm sehr wichtiges Geld einnehmen. Ich würde sagen, sogar 4 bis 5 Millionen könnte Schalke mit ihm einnehmen im Sommer. Also könnte Schalke 04 im Sommer ungefähr 15 Millionen einnehmen. Mit dem Abgang von Harit 5 Millionen und Bostogan 1 Million mit eingerechnet. Aber das ist natürlich nur eine absolute Schätzung und darauf sollte man sich nicht verlassen. Kommen wir jetzt zu meinen Neuzugangsvorschlägen, wo mein erster Vorschlag Schurlinow ist. Der 22-Jährige wechselte in diesem Sommer vom VfB Stuttgart für 3,5 Millionen nach Burnley. Dort spielte der Flügelspieler bisher aber keine Rolle und er will wohl wieder zu Schalke 04, wo er letzte Saison als Leihspieler 22 Spiele in der zweiten Bundesliga machen konnte und dabei konnte er zwei Tore erzielen und sechs Tore vorbereiten. Er könnte offensiv wieder ein guter Impuls sein. Erst recht sollte Rodrigo Salazar wirklich wechseln. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30.06.2026 und sein Marktwert ist aktuell bei 2,2 Millionen. Schalke würde ihn wohl ausleihen mit einer Kaufoption oder Pflicht beim Wiederaufstieg. Diese könnte bei 1 bis 2 Millionen liegen. Nächster Vorschlag ist Maximilian Wittek. Er spielt aktuell bei Vitis Arnheim in der Ehredivisie, wo der Linksverteidiger in dieser Saison auf 31 Spiele kam. Dabei konnte er drei Tore erzielen und sieben Tore vorbereiten, was sehr stark ist. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag und machte bereits 156 Spiele in der zweiten Bundesliga. Er ist 27 Jahre alt, sein Marktwert ist aktuell bei 2 Millionen. Eine Ablösesumme müsste man auf jeden Fall für ihn zahlen und diese würde aber nur bei ca. 1 Million liegen und er wäre defensiv für die zweite und dann hoffentlich in einem Jahr auch in der Bundesliga eine sehr, sehr gute Verstärkung. Thor braucht Schalke 04 auch unbedingt Verstärkung neben Fehrmann, da er auch schon 34 Jahre alt ist. Und da sehe ich Waldstedt als gute Option. Der schwedische Nationalspieler spielt in Norwegen, wo die Saison schon neu gestartet ist. Dort machte der gerade mal 23-jährige Torhüter bisher 9 von 9 Spielen. Dabei bekam er nur sieben Gegentore und konnte fünfmal schon zu Null spielen. Seine 1,90 Meter wirken auch sehr überzeugend im Tor. Sein Marktwert liegt aktuell bei 1,4 Millionen und sein Vertrag läuft nur noch sechs Monate. Somit könnte man ihn für eine sehr geringe Ablösesumme bekommen. Ich würde sagen für ungefähr 500.000. Mittelfeld könnte der neue Star Ron Schallenberg werden. Der 24-jährige Sechser kam in dieser Saison in der zweiten Bundesliga auf 33 Spiele. Dabei konnte er drei Tore erzielen und zwei Tore vorbereiten. Er würde Schalkes Spiel sehr viel sicherer machen. Es ist aber unklar, ob er sich auf Schalke in der zweiten Liga einlassen wird. Da wohl auch Werder Bremen und der VfB Stuttgart aus der Bundesliga Interesse am 24-jährigen Kapitän von Paderborn haben. Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Sein Marktwert liegt aktuell bei 2,5 Millionen. Sollte man ihn bekommen können, würde man nur eine Ablösesumme von 800.000 bis 1 Million zahlen. Erster Transfervorschlag ist Lino Tempelmann. Bei ihm ist es ungefähr dieselbe Situation wie bei Ron Schallenberg. Der 24-Jährige ist aktuell an Nürnberg ausgeliehen vom SC Freiburg. Beim 1. FC machte der auch 24-Jährige in dieser Saison in der zweiten Bundesliga 31 Spiele. Dabei konnte er zwei Tore erzielen und drei Tore vorbereiten. Er kann auch wie Schallenberg als Sechser und Achter spielen und sein Marktwert liegt aktuell bei 2 Millionen. Nürnberg hofft auf einen Verbleib und Wolfsburg und Augsburg haben wohl Interesse an ihm. Sollten die beiden Bundesligisten ihn nicht verpflichten, wie bei Ron Schallenberg ist es damit dieselbe Situation, hätte Schalke eine gute Chance auf eine Leihe oder einen Kauf für 1,5 bis 2 Millionen. Ein letzter Vorschlag in diesem Video ist Medici. Der Innenverteidiger spielt bei St. Pauli, wo er in dieser Saison in der zweiten Bundesliga auf 29 Spiele kam. Er konnte sogar vier Tore machen. Der 24-Jährige hat ein sehr gutes Stellungsspiel und ist an sich ein sehr stabiler Verteidiger. Sein Marktwert liegt aktuell bei 2 Millionen und sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Eine Ablösesumme müsste man für ihn zahlen und diese würde bei gerade mal 800.000 bis 1 Million liegen. Das wäre dann mein Vorschlag für die zukünftige AF von Schalke 04 in der nächsten Saison. Es ist natürlich nur ein Beispiel, da noch weitere Spieler wechseln werden und auch noch weitere kommen werden, wie zum Beispiel vielleicht Koulibaly vom VfB Stuttgart, der ja ablösefrei zu haben wäre. Dieser AF hätte aber so einen Altersdurchschnitt von 27,1 und dieser AF hätte einen Gesamtmarktwert von 20 Millionen, was wirklich zwei okaye Werte sind. Der Altersdurchschnitt ist etwas hoch, aber auch noch im Rahmen. Sollte Ovejan nicht wechseln, könnte er, wie schon damals in der zweiten Liga, wieder als linker Mittelfeldspieler spielen und auch Leihrückkehrer wie Pieringer könnten eine Rolle spielen, sollten sie nicht verkauft werden. Und vielleicht bleiben ja auch noch weitere Spieler, wie zum Beispiel die beiden ausgeliehenen Spieler in der letzten Saison so gesehen, wie Jens und Schalke. Und somit hätte man wirklich ein sehr, sehr stabiles Team für die zweite Bundesliga. Und jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren, wie ihr dieses Video fandet und die Transfervorschläge. Und damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag und sage Tschau und bis zum nächsten Mal.